Gesichtsverschmälerung ohne OP. Immer wieder bekommen wir Anfragen von jungen Patientinnen, die das Gefühl haben, das Gesicht sei etwas breiter ausgeprägt und es ist nicht so, wie sie sich das im Grunde genommen vorstellen und Fragen nach Möglichkeiten ohne operatives Verfahren das Gesicht zu verschmälern. Und das ist so ein Verfahren, was wir hier gerade zeigen, was wir auch sehr häufig hier durchführen. Ich denke, dafür haben wir schon genug Videos gezeigt, wie diese Behandlung stattfindet, auch die Ergebnisse auch hierzu gezeigt, auch im Beratungsgespräch durch den Facharzt für plastische, ästhetische Chirurgie wird hier das Ergebnis gezeigt, sodass man sich das ungefähr vorstellen kann, was man da zu erwarten hat. Die Patientin macht das jetzt im Gegensatz zu anderen, die wir zeigen, das erste Mal und ich denke, sie wird genauso glücklich sein wie die anderen Patientinnen auch. Wir freuen uns, dass wir diese Behandlung hier anbieten können. Wir freuen uns, dass wir die Behandlung hier anbieten können.